PenisträgerInnen, SitzpinklerInnen, BürgerInnensteig, BürgerInnen, MeisterInnenwahl. Das ist ab jetzt, zumindest in Bayern, vorbei. Bayern führt ein Genderverbot ein. Ihr habt danach gefragt, deshalb hier mal meine Meinung dazu, ob ich das für sinnvoll oder sinnlos erachte. Wir gucken erstmal rein, was genau beschlossen wurde und was passiert ist. BürgerInnen mit Sternchen und Sprechpause. In Bayern ist damit Schluss. Meine sehr verehrten Damen und die Typen, die Ihnen hinterherlaufen. Jeder soll privat machen, was er will. Wenn ihr das wollt, in der Familie, am Sofa, Samstagabend, könnt ihr gendern. Wenn ihr müsst, okay. Das heißt, privat wird es natürlich nicht verboten, sondern in Schulen, Hochschulen und Behörden. Laut Umfragen sind seit Jahren gut 80 Prozent der Deutschen Söders Meinung. Selbst unter Frauen oder den ganz jungen Leuten hat Gendern keine Mehrheit. Die haben was im Leben falsch gemacht, alle Leute, die gendern. Also ich finde das Verbot richtig gut. Es macht keinen Grund, sowas zu verbieten. Das ist total sinnvoll, immer weiter darüber zu sprechen, wie sich Sprache entwickelt. Es ist ja jetzt eine neue Zeit und wir müssen Zeichen setzen und ich finde das gut. Und das sollte auf jeden Fall nicht verboten werden. Alle, die Deutsch erst lernen müssen, wird es freuen. Zuwanderer zum Beispiel. Auch Leute mit Lese- und Rechtschreibschwäche. Oder Sehbehinderte. Denn ihre Hilfsprogramme fürs Lesen an Bildschirmen erkennen die Genderzeichen nicht. Für uns ist die klare Botschaft, Sprache muss klar und verständlich sein. Es soll kein ideologiegetriebenes Sprachoktreu jenseits der anerkannten Regeln der deutschen Rechtschreibung geben. Ja, soweit so gut. Dann mal meine Meinung dazu. Was halte ich davon? Wo finde ich es gut? Wo finde ich es schlecht? Generell finde ich es moderat, würde ich sagen, erstmal gut. Und zwar das Hauptproblem für mich ist, dass Gendern eine ideologische Weltanschauung ist. Ihr habt es gehört, 80% der Deutschen sind nach wie vor dagegen. Eine kleine, relativ radikale Minderheit ist dafür. Und das ist aus dem sehr weit linken Spektrum. Ich würde es auch nicht gut finden, wenn jetzt in der Schule zum Beispiel Flüchtlinge raus oben drüber stehen würde. Oder irgendwas in der Richtung. Das heißt, Schulen, Behörden und so weiter haben sich bitte neutral zu verhalten. Weltanschaulich. Was da ein bisschen dagegen spricht, ist in Bayern, dass überall das Grüß Gott vielleicht auch offiziell mal heißen könnte. Damit würde ich auch nicht angesprochen werden wollen und auch nicht mit atheistische Grüße sind. Alles geht in Richtung Weltanschauung. Und das hat in Schulen und Behörden meines Erachtens nichts zu suchen. Genau wie ich nicht irgendwas linksradikales oder rechtsradikales da haben will. Und auch nichts, was nicht radikal ist, aber relativ weit links und relativ weit rechts, das hat in Schulen und Behörden und so weiter. Meines Erachtens nichts zu suchen. Von daher finde ich das generell okay. Ich finde es jetzt auch nicht das wilde Verbot unbedingt. Ja, kommen wir gleich noch zu. Sondern es ist ja mehr ein Einhalten der deutschen Sprache, dass du jetzt nicht irgendwelche Fantasiewörter da mit reinnehmen kannst. Das kann sich in Zukunft wahrscheinlich oder theoretisch nochmal ändern, wenn jetzt wirklich sich Gendern in der Bevölkerung vielleicht auch von unten nach oben durchsetzen würde. Von unten nach oben genüsslich abgefilmt. Und nicht wie es bisher ist, dass es von oben durch die Eliten, wie es so schön heißt, praktisch aufoktroyiert wird den Leuten. Ja, dass jetzt so und so gesprochen werden muss und sonst gehörst du nicht zu den Guten. Ja, das ist ja kein realistisches Verbreiten oder sich Verbreiten von Sprache, wie das bisher von oben nach unten gemacht wird. Wenn das andersrum passiert, dass sich das in der Bevölkerung durchsetzt und irgendwann finden das alle gut und alle gendern und dann wird es auch irgendwann in den Sprachgebrauch und in die Rechtschreibung und so weiter mit aufgenommen, dann kann das nochmal anders sein. Aber im Moment ist es ja einfach noch falsches Deutsch bzw. erfundenes Deutsch. Und das kann privat jeder so machen, wie er will. Aber das möchte ich nicht von irgendeiner Behörde in irgendwelchen Briefen lesen. Wenn ich hier von meinem Unternehmen Post rausschicke zum Beispiel oder irgendwas veröffentliche, dann sehe ich auch zu, dass da nicht Digga und Alter und was weiß ich was. Ja, oder kein, wo eigentlich ein Keinen hin muss. Ja, wenn du keinen Führerschein hast, anstatt keinen Führerschein und so Dinger. Alter, hör mir auf, fang das Thema gar nicht an. Einfach falsches Deutsch. Das will ich nicht, dass es von meinem Unternehmen rausgeht hier und da in einem Short mag das durchaus mal passieren. Wenn die KI was falsch erkennt, gefällt mir aber nicht. Und so ähnlich will ich das auch nicht, wenn ich irgendeinen Behördenbrief bekomme oder Kinder in die Schule schicke, dass die da irgendwie in irgendeine Richtung ideologisch und politisch indoktriniert werden. Das hat da nichts zu suchen. Doppelmoral natürlich in Bayern, denn ich denke, so wie ich es bisher verstanden habe, dass da immer noch Kreuze, also Kruzifixe in den Schulen hängen. Das hat da meines Erachtens auch nichts zu suchen, auch wenn wir historisch wahrscheinlich eher ein christlich geprägtes Land sind. Trotzdem ist das ja eine Weltanschauung. Ich will da auch kein Allahu Akbar hören oder buddhistische Grüße oder atheistische Grüße oder was auch immer. Sondern das soll bitte weltanschaulich neutral wie möglich sein und gendern gehört da eben nicht dazu. Zusätzlich geht es mir schon genug auf den Keks, wenn ich auf irgendwelchen Bewerbungsportalen zur Mitarbeiter suche und was weiß ich wo, auf jeder zweiten Plattform wird dann gegendert wie bekloppt. Und ich muss mir das durchlesen. Jede Firma kann das natürlich so machen. Hast du dich schon dissenziert? Das steht Ihnen frei, aber ich will das nicht. In Behördenbriefen will ich das nicht haben. Ich will den einfach durchlesen können, ohne jedes Mal zu denken, jetzt wirst du hier wieder politisch korrekt erzogen von irgendeinem Behördenbrief. Und wie gesagt, mit den Kindern in der Schule schon gar nicht. Dann ist es für Blinde und Ausländer nicht sinnvoll. Die deutsche Sprache ist schwer genug. Das muss man nicht noch mehr erschweren. Und das fand ich in dem NTV-Bericht am Anfang ja durchaus gut, dass dieser Punkt auch mal drin vorkommt. Der nächste Punkt ist, du wirst ja teilweise gezwungen zum Gendern bisher. Das wird fast immer unter den Teppich gekehrt, vor allem für die, die jetzt gegen dieses Genderverbot sind. Nein, jeder kann ja machen, was er will oder soll machen können, was er will. Ja, eben nicht. Das war ja bisher schon wie oft so. Ich habe wie viele Zuschriften schon bekommen von hunderten Leuten. 17 also. Dass natürlich gegendert werden muss, sonst gibt es Punktabzug und eine schlechtere Note. Und hier bitte nochmal alles umschreiben und bla bla bla. Das war jetzt nicht in allen Fächern so. In manchen Fächern und Studienfächern war das relativ wurscht. Vor allem, wenn es eher mit Realität zu tun hatte, also naturwissenschaftlich. Aber je mehr es so in diese Laberfächer übergegangen ist, desto eher hieß es jetzt doch, man muss gendern, sonst kriegst du Punktabzug. Und wie krank ist das denn? Natürlich kannst du nicht zum Gendern, also auf falsches Deutsch, gezwungen werden. Was? Ein Quatsch natürlich. Judäische Volkshorn-Quatsch! Und dazu muss man dazu sagen, so ein richtiges Verbot ist es jetzt nicht. Denn als Schüler oder SchülerInnen, du darfst Schüler ernst, du darfst trotzdem noch gendern. Du kriegst es dann, die Lehrer dürfen das jetzt anstreichen, aber nicht als falsch bewerten. Von daher ist es kein wirkliches Verbot, vor allem für die Schüler nicht. Aber es kann zumindest angestrichen werden. Und das ist ja okay, solange das noch falsches Deutsch ist, kann das gerne angestrichen werden. Eigentlich albern, dass du dann keinen Fehler dran machen kannst, weil wenn es falsch ist, ist es falsch. Von daher ist es ein Verbot Leid, in Anführungszeichen. Aber doch für Behörden und so weiter, für Lehrer, du darfst als Lehrer nicht mehr gendern. Finde ich, wie gesagt, sinnvoll, weil dann keine unangebrachte Ideologie mehr in der Schule stattfinden darf. Welche Strafen dann allerdings passieren, was das so nach sich zieht für Behörden und Lehrer, die weiterhin munter drauf losgendern, das weiß ich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Da bin ich gespannt. Da würde sich die Meinung gegebenenfalls nochmal ändern, wenn da übertrieben werden würde. Das muss sich noch zeigen. Nächster Punkt, die 80 Prozent, die dagegen sind, ist auch ein interessanter Punkt, den man nicht unter den Teppich kehren kann. Und ihr seht es ja auch in Zeitungen und dem öffentlich-rechtlichen Rundfunk, was da eine Zeit lang rumgegendert wurde. Richtig, richtig hardcore. Den ganzen Tag die Ideologie aufs Auge, egal wohin du rein selbst oder was du dir durchliest. Da wurde auch ordentlich zurückgerudert. Und warum? Ja, weil dann die Finanzen gesprochen haben. Die finanzielle Erkenntnis kam, dass die Leute eben den Rotz nicht mehr kaufen, wenn da ideologisch rumgegendert wird die ganze Zeit. Generell ist das Wort Verbot auch ein bisschen wild, weil es ist ein Verbot. Jein, es ist mehr ein Pochen auf korrekte Einhaltung der deutschen Sprache. Deshalb ist das so eine Sache, ob man das wirklich Verbot nennen kann. Vor allem je nachdem, wenn es gar nicht bestraft wird. Das kommt wie gesagt darauf an, was für Strafen dann für Behörden und Lehrer und so weiter vorgesehen sind in der Zukunft. Der nächste Punkt ist Symbolpolitik von Kollegen Söder. Denn er hätte es ja auch schon vor zwei Jahren machen können. Er hält schon ewig Reden gegen das Gendern. Jetzt macht er es, wo die AfD immer stärker wird. So ein Zufall. Das ist auch so ein bisschen unglaubwürdig, muss man dazu sagen. Also jetzt hat er sich lächerlich gemacht. Dann haben wir noch den Punkt des generischen Maskulinums. Da regen sich mittlerweile alle auf, als wären da nicht alle mit gemeint. Das war für die letzten 100.000 Jahre so, dass da automatisch alle mit gemeint waren. Keiner hat das jemals in Frage gestellt. Es war völlig klar, dass die Ärzte, die Lehrer, die Schüler, dass das Männlein und Weiblein waren. Für die meisten zumindest. Es sagt ja mehr über den aus, der sich dann nur eine Frau oder einen Mann drin vorstellen kann. Jetzt auf einmal heißt es, da werden die Leute nicht mit gemeint. Die anderen Geschlechter. Totaler Quatsch natürlich. Ja, das ist meines Erachtens eine ungesunde Richtung, dass in alles jetzt Hautfarbe und Geschlecht und Sexualität und Orientierung und so weiter reingeschustert werden muss krampfhaft. Ja, dass da viel zu viel Wert drauf gelegt wird, anstatt einfach zu sagen, ja die Schüler, ja natürlich sind da auch die Mädels mit gemeint. Ja, Überraschung. Ach nee, das war ja nur für 100.000 Jahre so. Und dann heißt es immer, ja es gibt ja aber da Studien, dass die Mädels sich, wenn man nur Pilot sagt, können sie sich weniger vorstellen, auch Pilot zu werden. Wenn du aber PilotInnen sagst oder Piloten und PilotInnen, dass sie sich dann eher vorstellen können, diesen Job zu wählen. Ja, aber das heißt ja noch lange nicht, dass die Erwachsenen, Mädels dann diese Berufe auch wirklich wählen, nur weil sie es sich eher vorstellen können, weil das Wort PilotIn mitgenannt wurde. In Skandinavien gibt es das ja, da hat man es mehr oder weniger getestet. Je freier da die Berufswahl war, je mehr da auf Gleichheit und so weiter, je mehr darauf Wert gelegt wurde, desto stärker haben sich aber die Geschlechterunterschiede wieder herauskristallisiert. Das heißt, desto mehr haben die Frauen wieder die klassisch weiblichen Besuche, äh Besuche gewählt, Berufe gewählt und die Männer wieder die klassisch männlichen Berufe. Das heißt, da wo man es getestet hat, da hat es sich dann nicht so ergeben, dass die Frauen dann alle Pilot geworden sind und CEO und so weiter. Je mehr Wahlfreiheit da ist, desto mehr wählt das menschliche Säugetier dann wieder klassisch männlich und klassisch weiblich. Dann noch was generell zu verboten und Sprachgeh- und Verboten. Ja, da muss man generell mit aufpassen, dass das nicht überhand nimmt. In diesem Punkt hier finde ich es durchaus sinnvoll, so ähnlich wie ich es auch sinnvoll finden würde, die Kurzifixe aus den Schulen in Bayern zu verbannen. Was weiterhin verwendet werden darf, ist sowas wie Studierende oder wenn man eben sagt Politiker und Politikerinnen. Das finde ich auch okay. Studierende ist jetzt auch totaler Quatsch natürlich, denn wenn du gerade nicht aktiv am Studieren bist, wenn du beim Volleyball bist oder am Pennen, dann bist du kein Studierender, sondern dann bist du ein Student, der halt gerade beim Volleyball ist. Das ist auch falsches Deutsch sozusagen, aber es ist zumindest Deutsch. Das heißt, das Wort existiert zumindest im deutschen Sprachgebrauch und ist jetzt kein neu erfundenes Fantasiegebilde, was 80 Prozent der Leute natürlich ablehnen. Und einer der Hauptpunkte noch für mich und zwar, dass Schule und Universitäten sowieso einen extremen Linkstrahl in den letzten 10, 20 Jahren bekommen haben und dass die Leute da sehr, sehr schnell in Richtung sehr, sehr weit links indoktriniert werden. Das würde mir andersrum auch nicht gefallen, wenn es sehr, sehr in die rechte Richtung ginge, in die ungesunde Rechte, also links und rechts generell wie immer völlig okay, aber wenn es da in ungesunde Richtungen gehen würde. Das hat in der Schule nichts zu suchen, war aber in den letzten Jahren bzw. ist in den letzten Jahren stark so und das gefällt mir nicht, von daher begrüße ich hier zumindest jetzt zum jetzigen Zeitpunkt nach erster Recherche erstmal dieses Genderverbot. Im Privaten natürlich nicht, jeder soll sprechen können, wie er will. Jeder hat das Recht, sich zum Horst zu machen oder eben auch dafür geliebt und akzeptiert zu werden und so weiter. Das, ja, damit habe ich nichts zu tun. Das ist Geschmackssache, wie jeder privat redet, aber in Behörden und in Schulen hat das meines Erachtens nichts zu suchen. Und wie immer mein Hauptpunkt bei dem Thema, die Leute sollen sich nicht so anstellen. Im Schnitt, wie Martin Luther King damals gesagt hat, so schön, ja, man soll sich lieber aufgrund des Contents des eigenen Charakters bewerten. Ja, was hat derjenige in der Rübe, wie ist derjenige drauf und nicht jetzt, welche Hautfarbe hat er und welches Geschlecht. Also diese Hypersensibilisierung und diese Hyperfokussierung auf die sexuelle Orientierung, Hautfarbe, Geschlecht, dann ordnest du dich dieser Gruppe zu und musst dann auch der Meinung dieser Gruppe sein und die anderen sind dann die Feine. Das ist Kindergartenlevel hoch 18. Das sollten wir eigentlich in 2024 hinter uns gelassen haben, wie es immer so schön heißt. Generell dieses ganze Thema mit Hautfarben und so weiter, das interessiert doch keinen Schwanz, der ein bisschen entwickelt ist. Weiß jetzt irgendwer, welche Hautfarbe hat und Geschlecht und was weiß ich was. Also so ein Scheißkalade, da kann sich doch keinen Schwanz anstellen. Anstatt einfach sich auf der Basis zu bewerten, wie ist denn der Inhalt des Charakters. Und wenn du dieses schöne Konzept missachtest und dann nur noch unterwegs bist, wer hat hier was weiß ich welches Geschlecht und bla 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 und aufgrund dessen gehört er ja zu dieser Gruppe, dann ziehst du dir Mimosen ran, die im Leben nicht vorwärts kommen, weil ihnen alle mögliche Pille-Palle wichtiger ist, als was wirklich in der Rübe ist. Zieht euch gerne mal das Video hier rein und wer Coaching für Persönlichkeitsentwicklung haben will, der kommt gerne zum kostenlosen Erstgespräch. Die Links dazu sind unten in der Beschreibung.